Was geht ab? Herzlich Willkommen zu Soccer Performance. Heute ist Woche 6, Tag 2, Mittwoch. Wir sind jetzt morgens wieder an der Technik mit noch ein bisschen Athletik. Wir sind jetzt morgens wieder an der Technik mit einem neuen Technik mit einem neuen Technik. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. 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 Bye.